Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist BeatWalker, wir sind hier beim nächsten Straßenrennen, der Outerdown-Abendshowdown, 30.000 Credits gibt es zu gewinnen und ich nehme hier das Fahrzeug, was ich hier bei einem Scheuenfund bekommen habe, einen BMW M1 aus dem Jahre 1981. In diesem Video wird es unter anderem darum gehen, um die KI von Forza Horizon und um eure Tipps, die ihr mir immer wieder schreibt für mich, für meinen Fahrstil, wie ich den verbessern kann. Aber hier nochmal den Startermaler, da lasse ich euch mal ein paar Minuten alleine, damit ihr das Race hier in dieser abendlichen Lichtstimmung genießen könnt. Sollte 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 Das war's. 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 Das phenomenal. Das war's. Das war's. Das war's. wo ich recht gut Plätze aufholen konnte. In den Kurven, in den Turns, da ging es immer recht gut. Überall anders, ja, oder so der Lache, sagen wir mal. Bei Horizon kommt mir vor, vielleicht ist es nur mein Eindruck, ich weiß es nicht, und da bin ich gespannt, wie das bei euch ankommt. Aber mir kommt vor, die KI, wie soll ich das jetzt formulieren, dass es nicht blöd klingt, also sie ist nicht schlecht. Bei den Rennen kommt es schon vor, auch auf mittlerer Stufe, muss ich mich anstrengen, um nach vorne zu kommen, um mit dabei zu sein. Das ist ja auch in Ordnung, es soll ja sein, ich will eh nichts geschenkt haben. Ich will nicht, dass ich da von Hause immer vorne bin und beim ersten Versuch gleich. Es gibt auch etliche Races, die ich immer wieder öfter starten muss, wenn ich drei-, viermal beginne, weil ich einfach halt nicht hinkomme. Aber gerade dieses Race hier, der Wind Tunnel, hier übrigens im Hintergrund mein BMW, den ich ein bisschen designt habe, unter Anführungszeichen auch erbärmliche Versuche. Aber gerade bei diesem Race, das war für mich das Ausschlaggebende, dieses Video zu machen, da habe ich mir dann schon gedacht, verarscht mich hier ein bisschen Forza Horizon oder habe ich mich wirklich so verändert in dieser einen Strecke? Schauen wir uns das Ganze mal an. Also es geht hier darum, mit meiner Corvette gegen den Hubschrauber zu fliegen. Das kennen wir von Mustang vs. Mustang. Das war auch in der Demo, dieses Race gegen dieses Flugzeug. Also es geht los, wir starten hier fünf, vier, drei, zwei und, also nein, ich bin jetzt langsam, geht es schon los. Das Rennen geht los. Links seht ihr auf der Karte den grauen Punkt, das ist der Hubschrauber, der zieht es gleich über mich drüber. So und hier haben wir den ersten Zwischen, also den ersten Spot 0,097, bin ich einmal hinten. Ja, also ist noch nichts, ist wurscht, ist in Ordnung. Aber man sieht es noch, diese Strecke ist neu für mich, ich fahre recht unsicher, ist auch kein Thema, lasse ich mir alles eingehen, ja, verstehe ich, würde ja auch verstehen, wenn ich jetzt verliere. Jetzt bin ich schon 1,2, 36 Sekunden hinten. Habe ich mir gedacht, ja, puh, okay, erstes Rennen, Strecken kennenlernen, ja, ist in Ordnung, erwarte ich ja nicht mehr. 1,605 hinten, ist auch in Ordnung. Ich finde es ja ganz schön stylisch, weil sich der Pilot hier alles traut, hier in den Canyon zu fliegen, einfach so, rennenmäßig, na, ja, ja, nein. Jetzt bin ich hinten 1,544, also mehr oder weniger erkennbar, okay, ich bin zu langsam, der Hubschrauber ist schneller wie ich, hier auf der Lange geraten geht es ein bisschen besser, 0,869, also ein bisschen aufgeholt wieder, aber sobald Kurven kommen, ist es auch schon wieder vorbei. So, jetzt, zack, nächster Punkt, so, da bin ich jetzt relativ nah, 0,719. Da knall ich wieder ein bisschen gegen die Leitplanken, oh, jetzt kommen hier die Tunnel, doch, die Strecke kenne ich doch, fällt mir gerade auf. Allerdings noch nicht auswendig, denn der nächste Tunnel, das weiß ich, das ist ja ein nerviger Tunnel, weil diese Linkskurve da im Dunkeln sehr blöd zum Sinn ist. Hier plötzlich auf einmal 2,239 Rückstand, also wirklich gleich um Häuser, um Häuser mehr Rückstand zusammengebracht, ja. Hier, diese blöde Kurve, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, nächste Zwischenzeit, 2,3, 2,6, okay, ja. Geistig war die Sache gelaufen. Also, KI fordert mich hier wohl ein bisschen mehr, muss ich nochmal neu starten und entsprechend schneller fahren. Drei Sekunden Rückstand, also, da war es dann eigentlich geistig schon abgeschlossen, der Hubschrauber fernweit weg, das Einzige, was man sieht, ist den Staub, den er aufwirbelt, mit seinen Rotorblättern, mit seinen Downwash, alles nett hier, hier dreht er eine schöne Kurve. So, und dann geht es jetzt Richtung Ziel, und jetzt schaut einmal, was passiert. Der Hubschrauber meilenweit weg, und plötzlich, Achtung, plötzlich, ratz, 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 baff, ins Ziel, erster Platz. Drei Sekunden Rückstand innerhalb von, was war das jetzt, 800 Meter, aufgeholt. 2,11, 4, 0, 7, gegen 2,11, 6, 9, 8. Und da haben wir dann schon gedacht, hm, ob das mit rechten Dingen zugeht, ob es jetzt nur bei diesen einen Race ist, sei da hingestellt. Ich meine, ich habe das andere Race auch schon gegeben, wo ich mir gedacht habe, hö, ewig weit hinten, ewig weit gerade, vielleicht im Mittelfeld, wenn ich gut war, und dann auf einmal, von einer Kurve auf die nächste, komme ich nach vorne. Ja, was habt ihr für einen Eindruck, wie geht es euch mit Horizon so? Ich will mich jetzt nicht beschweren, ja, es kann sein, vielleicht ist es nur mein Eindruck, vielleicht ist es wirklich so, dass ich während der Fahrt besser werde, dass es immer besser wird, ich weiß es nicht. Aber, ja, sagt einmal, wie euch das so vorkommt, die KI bei Forza Horizon. Ist sie gut, ist sie schlecht, hilft sie zu viel mit oder hilft sie gar nicht, das ist wirklich nur Zufall, vielleicht ist es wirklich nur, dass man sich während des Rennens auf die Strecke einstellt, auf das Fahrzeug einstellt. Ja, ich weiß es einfach nicht. So, hier noch übrigens ein paar Scheunenfunde, da auch gleich eine Frage. Die Scheunenfunde werden ja immer wieder angekündigt, während man unterwegs ist, dann kommt die Meldung, ein neuer Scheunenfund ist aufgetaucht, bla bla bla, und das Gebiet wird auf der Karte markiert. Kann man diese Scheunenfunde auch finden, wenn die Markierung nicht da ist? Es kann nicht sein, dass man sie wirklich per Zufall findet, ich weiß es nicht. Ich habe es eigentlich noch nie probiert und auch noch nie so effektiv danach gesucht, man hier jetzt eben im markierten Gebiet auf der Suche nach dem Fahrzeug. Aber kann man es eben auch finden, indem man einfach nur herumkrustet und dann wirklich rein zufällig ohne Vorankündigung bei dieser Scheune vorbeikommt. Wäre interessant zu wissen von euch, ich persönlich habe es noch nicht probiert oder mir eigentlich noch nicht effektiv nach so einem Fahrzeug in der Scheune gesucht. Ich finde es aber übrigens sehr nett, dass das hier eingebaut wurde, weil es einfach lustig ist, mal so einen alten Schrottkahn, wenn man ihn dann sieht. Und ihr werdet sehen, ich bekomme hier jetzt wirklich zwei nette Fahrzeuge, also zwei Scheunenfunde habe ich hier im Video, glaube ich, drinnen. Und das sind wirklich Fahrzeuge, die an uns für sich wirklich Kohle kosten würden und einfach nett sind. Jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Hier haben wir eine Blitzer-Dings und wo ist das Fahrzeug? Es ist die Frage, die Scheune zu finden, ist ja teilweise nicht einfach, teilweise auch wieder ganz leicht, weil einfach die Scheune wirklich so offensichtlich herumsteht. Auf was man einfach gut aufpassen muss. Ihr seht hier eine Markierung, ich cruise hier herum, aber finde es nicht so richtig. Was gut auffällig ist, ist, wenn in Leitplanken so Freiräume sind und meistens geht dann ein Weg hinein, wie wir auch jetzt gleich hier sehen werden. Da links ist zum Beispiel die Einfahrt. Na gut, die Scheune ist jetzt wirklich offensichtlich, ich meine, die ist jetzt nicht sonderlich versteckt gewesen. Und da steht auch schon ein Fahrzeug drinnen. Oh, Sie sind hier über ein ganz besonderes Auto gestolpert. Es braucht nur etwas Pflege, die ich Ihnen schlässlicherweise geben kann. Dieser Liebling der Mopar-Fans ist ein Hemi-Cuda von 1971. Jawohl, da ist ein 426 Hemi unter der Haube mit 431 PS. Er ist eine nationale Institution. Ich habe mich Hals über Kopf in ihn verliebt. Man kann ja diese nicht sofort mitnehmen. Es dauert ein bisschen, bis sie in der Garage restauriert werden, aufpoliert, geputzt, Dellen ausgeklopft, und was ist der Teufel, was noch alles. Hier übrigens der nächste Scheunenfund auch schon markiert. Ich habe gesehen, ich habe ja ein paar Markierungen mal offen stehen lassen und habe sie einfach mal zum Spaß gesucht. Das ist auch, was mir sehr gut gefällt bei diesen Open-World-Geschichten. Ich fahre wirklich ab und zu nur zum Spaß herum. Einfach zum Gegend anschauen, vielleicht mal ein paar Blitze-Herausforderungen machen. Ja, nur hier rumcruisen. Und da gefällt es mir einfach wirklich gut, weil die Gegend, also die Gegend finde ich toll. Echt toll mit diesem Herbstambiente, mit teilweise diese Schluchten und so weiter, was es gibt. Ah ja, und hier übrigens der zweite Scheunenfund. Und ja, die Einfahrt, fast zu übersehen, aber hinten die Geysire, also absolut genial. Und da gibt es auch ein nettes Fahrzeug. So, 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 sehen Sie sich das an, was die Leute einfach so rumstehen lassen. Das ist der Bugatti EB110 Supersport, der eine der wohlklingendsten Marken der Welt wieder aufstehen lassen sollte. In den 90er Jahren handelte es sich dabei um eines der technisch fortschrittlichsten Autos. Tja, dann werden wir uns mal anschauen später, wie die Natur rausschaut. Und für dieses Mal soll es genug sein. Ich danke euch fürs Zuschauen, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht sehen wir uns auch mal hier bei einer Coop-Mission bei Forza Horizon. Würde mich freuen. Also dann, tschüss, tschau, euer Bitwalker. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020